Montana. Big Sky Country. Der Treasure State. Die Menschen haben viele Namen dafür. Für mich ist es... ...ein Zuhause. Ich hab mein ganzes Leben hier verbracht. Es ist immer noch unglaublich schön. Vielleicht haben wir deswegen nicht gesehen, wie hässlich diese Leute waren. Guten Tag, Bruder. Du verstehst es nicht, wir alle hielten diese Gruppe für lächerlich. Sie waren anders. Religiös. Militant. Es war eine gottverdammte Sekte. Der Kollaps steht bevor, meine Kinder. Zuerst kauften sie alle Farmen weit und breit. Dann den Radiosender. Und schon bald gehörten ihnen sogar die verdammten Cops. Eine Art souveräner Religionsstadt. Und zwar gleich hier. Vor unserer Nase. Niemand wird uns helfen. Die Regierung kümmert sich n' Scheiß. Wir sind allein. Gott verlangt, dass wir die verlorenen Seelen retten. Ob sie Rettung wollen oder nicht. Die Menschen wollen nicht glauben, dass solche Gruppen existieren. Die Leute haben Angst, Mann. Und einige wollen uns schaden. Einige wollen alles zerstören, was wir uns hier aufgebaut haben. Einige werden uns verraten. Wir wissen nicht, zu was er fähig ist. Wer? Ihr Anführer. Joseph Seed. Sie nennen ihn den Vater. Und die in der Außenwelt sind blind. Sie haben keinen Glauben. Sie haben kein Vertrauen. Oh, bitte. Nein, 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 nein. Ich zwinge sie zu sehen. Hey, Rookie. 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 Du verschwindest nur Zeit. Hier gibt's kein Netz. Wir überqueren jetzt den Hanbane. Oh fuck, da ist der Herr. Verrückter Schweinehund. Mein Gott. Wir sind offiziell im Peggy-Land. Wie weit ist es noch? Weit genug, um den Plan zu ändern. Wir könnten einfach umkehren. Soll ich denn einen Haftbefehl missachten, Sheriff? Nein, Cameron. Ich will nur, dass du den ganzen Ernst unserer Lage begreifst. Joseph Seed. Das ist kein Mann, mit dem er sich anlegt. Wir hatten schon mit ihm zu tun und das lief nicht immer glimpflich ab. Und manchmal... Manchmal ist es besser, es gut sein zu lassen. Ja nun, die Gesetze gibt es nicht ohne Grund, Sheriff. Und Joseph Seed wird das auch begreifen. Brett? Ich brauche Verbindung zur Leitstelle. Bitte. White House an Leitstelle. Over. Äh, ich höre. Wir nähern uns dem Anwesen, Nancy. Over. Roger, Sheriff. Wollt ihr das wirklich durchziehen? Over. Wir, äh, unglücklicherweise versuchen wir immer noch den Marshall zur Vernunft zu bringen. Over. Alles klar. Er hat Glück, dass ich nicht da bin. Lasst mich wissen, wenn es Probleme gibt. Uh. Verstanden, Over and Out. Vielleicht hätten wir lieber Nancy mitnehmen sollen als den neuen. Vor ihr hätten die Peggys Angst. Ja, vor ein paar Jahren fing alles ganz harmlos an, aber jetzt sind sie bis an die Zähne bewaffnet. Und zu allem bereit. Red. Für Richter Angst, Sheriff? Da wären wir. Das Anwesen ist unter uns. Ah, das ist grundgültiger. Ach, das ist eine schlechte Idee. Letzte Chance, Marshall. Wir gehen rein. Bring uns runter. Red, abverstanden. Leitstelle, bitte melden. Ja, Sheriff. Ich höre. Wenn du in 15 Minuten nichts gehört hast, schick jeden Mann. Wenn nötig auch die Nationalgarde. Over. Jawohl, Sheriff. Ich werde für euch beten. Aufgepasst. Drei Regeln. Zusammenbleiben. Waffe im Holster lassen und ich übernehme das Reden. Verstanden? Verstanden. Rookie. Alles klar, Leute. Aufpassen. Los geht's. Er wird in der Kirche sein. Bleibt an mir dran. Arm drauf. Diese Leute kriegen manchmal einen Schreck. Rookie. Zu mir. Locker bleiben. Was wollen die denn hier? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Macht einfach euer Ding. Das hier geht euch nichts an. Scherriff. Mein Lecker ist recht. Alles in Ordnung, Harz. Alles ist in Ordnung. Grundgültiger. Ihr tragt alle Dienstmarken, oder? Na ja, hier draußen haben sie nicht viel Respekt vor Dienstmarken. Meine Waffe werden sie respektieren. Man kann nicht jedes Problem mit einer Kuhlöse ausstellen. Hey! Was ist das denn? Wir machen sowas hier nicht. Hey! Weck! 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 Was macht das hier? Oh, Marsha. Wir machen das hier auf meine Weise. Ruhig. Und besonnen. Verstanden? Na schön. Harzen an die Tür. Deck uns den Rücken. Lass keinen dieser Leute hier rein. Rookie. Folge mir. Und du? Mach um. Einfach keine Dummheiten. Ganz ruhig, Sheriff. Du wirst deinen Namen bald in der Zeitung lesen. Wird schon werden. Etwas kommt auf uns zu. Ihr spürt es, oder? Dass wir auf den Abgeordneten zusteuern. Und dass der Tag der Abrechnung kommt. Deshalb haben wir das Projekt begonnen. Weil wir wissen, was als nächstes geschieht. Sie werden kommen. Sie wollen uns alles abnehmen. Unsere Waffen. Unsere Freiheit. Unseren Glauben. Aber wir lassen sie nicht. Sheriff, wir lassen. Weder wird uns Ihre Gier, noch Ihre Unmoral, noch Ihre Verdorbenheit je wieder Schmerz zufügen. Es wird keine Schmerzen mehr geben. Nur ein Scheiß drauf. Joseph Seed. Ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Nun, treten Sie vor. Und lassen die Hände da, wo ich sie sehen kann. Da sind sie ja. Die Schlangen in unserem Garten. Und sie holen mich. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Einen Moment. Lebt die Hand von der Waffe. Abwarten und ruhig bleiben. Ganz ruhig. Jetzt beruhigen wir uns. Wir wussten, dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Geht. Los. Gott wird das nicht zulassen. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme. Komm und sie. Treten sie vor. Und ich sah. Und sie. Ein fahles Pferd. Und die Hölle zog mit ihm einher. Und sie. Und sie. Ein fahles Pferd. Und die Hölle zog mit ihm einher. Leg die Waffen nieder. Nimm deine Freunde. Geh einfach weg. Komm schon, Rookie. Gott beobachtet uns. Und er richtet dich nach deiner Entscheidung in diesem Moment. Gottverdammt, Rookie. Charly. Sherry. Moment, Marshal. Manchmal sollte man es einfach gut sein lassen. Wir gehen, Urki. Was zur Hölle macht ihr denn? Was macht ihr denn? Verdammt doch mal, was soll das werden? Hör, geh zum Rettung. Halt die Klappe und hör zu. Wenn du ihm Handschellen anlegst, kommt keiner von uns hier neben draus. Ich lasse euch alle verhaften. Das war's dann.